Hallo und herzlich willkommen zu Let's Fail at Dungeon of the Endless. Äh, bis jetzt habe ich noch nicht gefailed. Es ist Floor 4. Äh, ich habe mit Zufallshelden angefangen. Das erklärt die Auswahl vielleicht ein bisschen. Und gehen wir jetzt erstmal hier hin. Und ich finde... Orange Jumpsuit. Nehme ich mit. Hm, Orange Jumpsuit. It jumps very far and fast. Was? Okay. So, ich habe gelernt, mich beherrschen. Erst einen Generator bauen, dann die verdammte Tür öffnen. Ah, ah, bleib da. So. Jetzt kann ich aber forschen. Industry Generator 4. Nehme ich. Ist natürlich dann wieder ein verschenkter Raum, wenn ich hier das Licht anmache, aber... Was soll's? Vielleicht finde ich hier zwei Dust. Nein, ich finde zwei Monster. Mit einem Dust und noch einem Dust. Hervorragend. Ähm... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eins, zwei, eine Tür noch, dann ist die Forschung auch fertig. Sehr gut. Da unten ist schon der Ausgang. Ja, nehm ich. Und hier finde ich... Uh. Eine dieser berüchtigten Sterne. Friendly Fire. Ah. Oh, das ist doch super. Wenn die Monster Attack, Power und Defense verlieren. Für drei Züge. Und noch so ein Forschungsgerät. Äh, nehm ich. Stirb, stirb. Du auch. Oh, hier krieg ich aber einiges an Forschung durch. Ich sollte mal einen Science Creator bauen. Irgendwo. Da kann ich gleich einen hinbauen. Ich muss halt nur noch etwas Geduld haben. Du, 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 du. Wer bist du? What the fuck? Die sind neu. Die kenne ich noch nicht. Die Leute mit den großen Äxten. Was zum Teufel. Okay. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Hocky. Okay. Gut. Ähm. Was tun die denn? He is heroes in the room. Nehme ich. Lernt der eigentlich reparieren? Nein. Was ist das? Armchair General. Okay. Attack Power. In floor. Some leaders inspire by the absence. Ja. Das stimmt wohl. Aber man fragt sich natürlich wahrscheinlich, warum ich den hier überall hinrennen lasse, statt einfach den hier einen Raum weiter zu schicken. Das hat den ganz einfachen Grund, dass, ähm, dieser Bonus nächste Runde verloren geht. Äh, den bekommt man erst, wenn, also, wenn ich den rausschicken würde, den bekommt man erst, wenn der schon eine Runde in dem Raum drin steht. Da ich diesen Bonus gerne behalten würde, äh, lasse ich den da stehen. Ich glaube, ich brauche ein Messer eins. Okay, okay Ich brauche auch mehr Dust Eigentlich Na, ich kann mir hier keine Forschung leisten gerade Zumindest keine, die ich haben möchte Damage over time Und die Defense von den Monstern wird halbiert Nehme ich So Hier ist nix Falls dann wieder so ein Typ mit so einer Axt Der auftaucht irgendwo Irgendwie gefällt mir das nicht, was da passiert Ach, die sind alle kaputt Das erklärt natürlich so einiges Hier wäre noch eine Tür, die ich aufmachen könnte Just found a Foxy Cloud Ja, hervorragend Da liegt auf jeden Fall genug, dass ich den Raum hier anmachen könnte Wo ist mein Held denn Da Oh nein Oh Hihi Der ist geplatzt Okay Hm Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als da hinzugehen Oder den Floor zu beenden Aber da ich mich hier noch relativ gut halte gerade Kommt beenden erstmal nicht in Frage Kommt zwei Dust Ist aber noch mehr Dust Toll Ein Speedbonus für den Monster Dann Tiergästern haben die Prisoner Props leicht verspielen mit denen Ja Kommt mit, wer bist du? Han Solo Keine Ahnung Max O'Kane Ah Hm Hm Was ist das? Verbal Abuse Was? Yell enough and you'll get a reaction Endless Expert Oh, das kannte ich noch nicht Und Operate Komm, einen noch Einen noch Pilfer Dust plus one by room with a dust Ich Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht Aber wo wir gerade bei Level up sind Kann eigentlich jeder Und noch eins bekommen Ebenfalls Armchair General Need for more speed Okay Achso, ich habe ja noch Dinge bekommen Sixgun Wer kann die denn benutzen Wer kann die denn benutzen? Dann konnte ich ihm eben vorhin keine Sixgun geben Aber hier Sixgun für dich Und eine Prison Uniform Und dann kannst du hier vorne stehen bleiben und aufpassen Oh, ich hätte Dust gehabt Mach ich den an Und den Kommen nur noch von da welche Und dann kann ich hier einen Was baue ich denn da hin? Food Ich habe sehr wenig Food Weil ich sehr viel ausgegeben habe Und kann mal gucken, ob ich noch was forschen kann Wie viele Runden hält Ah Hält die noch? Finde ich gleich raus Ähm LAN Module Ach, das ist die Fans auf alle Module Mechanical Pal Hm Neurostun Das verlangsamt Monster Das ist natürlich eine hervorragende Sache So Monster verlangsamen Ich mache das ganz gerne Okay Okay Wie lange bleibt Wie sieht das hier eigentlich aus? Wie lange bleibt dieses Tele noch da? Eine Runde, glaube ich Also eine Tür Wird auch Zeit, weil ich an den Ort eigentlich was ganz anderes bauen möchte Ich weiß noch nicht was Das Entscheide ich gleich Aber Keine Nicht dieses Ding auf jeden Fall So Und eine Sackgasse Und 14 Dachs in dem Kanister gehabt Na, da geht noch der Punk ab Ich kann drei Räume anschalten Eins Damit habe ich hier hinten alles gesichert Zwei Drei Industry Und Mehr Food Dann mache ich diese Tür auf Ich könnte mal was forschen gehen Uh, self-powered Ist natürlich immer schön Hm Okay Tiergast 3 Klingt Hervorragend Ich hätte eigentlich gerne hier oder hier Schon mal den Dreier oder Vierer von mir aus Am liebsten den Vierer, ehrlich gesagt Aber man kann nicht alles haben Haben schon die Wise Guys gesagt Was? Okay Da ist Op-Bot Äh Ehrlich gesagt Hätte ich Op-Bot jetzt ganz gerne Aber ich glaube Das ist nicht drin Weil Meine Party ist voll Und ich habe schon Sehr viel Nahrung ins Leveln investiert Ist das nicht die letzte Tür In dem Dungeon? Nein Nein, 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 nein Definitiv nein Ist das nicht die letzte Tür in dem Dungeon? Sind doch irgendwo Räume ausgeschaltet worden, oder nicht? Nein Ach, da unten sind noch Türen Na gut More Science Und bevor ich die Tür jetzt, äh, aufmache Pool Queue Kann keiner benutzen Op-Bot könnte das Ding benutzen Aber den nehme ich nicht mit Oh Gott sei Dank Ein großer Food Replicator Ich habe fast den ganzen Floor angeschaltet Hier fehlen drei, wahrscheinlich vier Räume Oh You met a Merchant Das ist super Ha 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 Hipster Scarf Was? Unlocks Me first Was? Okay Ein Blast Stapler Wer kann den denn benutzen? Ich kaufe den mal Wehe, niemand kann den Ja, natürlich kann den niemand benutzen Kannst du wieder haben Und den auch Toll Jetzt habe ich hier so einen Händler und kann eigentlich nichts kaufen Was bringt das denn? Ach komm Der steht doch immer an der Frontlinie Was bringt denn das? Ah Fake Pills plus Lead Nerd Skills Gleich Health Regen Ja Awesome Ähm Gut, damit ist der Floor durch Wie weit muss ich denn laufen? Nicht so weit, oder? Nein, nicht so weit Und ich habe meine Nahrungsvorräte auch wieder entsprechend aufgefüllt Da fehlt doch noch einer Ich habe doch eben diesen Han Solo Typen hier hingeschickt Erinnert mich einfach sehr an Han Solo vom Bild her Kann sein, dass er an jemand anderen angelehnt ist Ich hätte den Raum da unten noch anschalten sollen Naja Wo sind denn die anderen? Sind die schon da? Ach, die sind schon alle da Gut Damit hätte ich diesen Floor auch geschafft Stage Time 23 Minuten Achso, natürlich Ich habe ja die Aufnahmepause hier zwischendrin Gucken wir doch mal, wie es auf Floor 5 aussieht Super Gar nichts hier Wie ich das liebe Eine Fix dann Ach, ich muss das Inventar aufmachen, um zu sehen, wer die benutzen kann Wow Ich bin auch ein fertiger Typ Vielleicht hätte ich dann eben auch diesen Stapler benutzen können Schenke ich mal alle hier hin Und daft Hervorragend DPS 31 DPS 35 Nehme ich ihm die Sixgun weg Und gebe sie ihm Und dann kann er ruhig da stehen bleiben Während ich den dicken Typen auf seinem Sessel hier rüberkarre Habe ich den eigentlich schon freigeschaltet? Nein Habe ich noch nicht Habe ich ihn schon freigeschaltet? Ja Habe ich bereits So Wieder ein Raum ohne Slot für Module Ich habe fast das Gefühl, dass es die falsche Entscheidung war, hier lang zu gehen Es war die falsche Entscheidung, diese Tür zu öffnen Aber okay Du hast dich zu weit vorgewagt Hoffen, dass hier eine Sackgasse ist Ja Kann ich hier ja wieder meine Dustfalle hinbauen Okay 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 Wenn die alle so uninteressiert an meinen Modulen vorbeilaufen, bin ich jetzt nicht unbedingt dagegen Ach hier ist noch so ein Tisch drin Den würde ich natürlich gerne mitnehmen Und mir fehlt da ein bisschen Dust Wenn ich hier ausmache, ist natürlich alles aus Das wäre nicht so klug Oh, ich könnte natürlich auch einfach den hier reinbauen Tada Der erhöht ja die Dustdrops auf dem Level Was jetzt keine schlechte Sache ist, wenn ich zu wenig Dust habe Früher war der wohl viel, viel billiger Auch in der Produktion Und Sehr, sehr inbar Deswegen wurde der genervt wie nichts Gutes Aber ich sag mal Von mir aus Ja Also der letzte Level lief deutlich besser Da war doch eben so ein Typ Gut Ich habe das Gefühl, dass ich die Dass ich den Dungeon hier unten nicht komplett ausgeleuchtet bekomme Deswegen würde es sich sehr lohnen Hier Hier müssen ja alle irgendwann durch Deswegen würde es sich sehr lohnen Hier ein bisschen die Fenster zu bauen Hier ist es dann Und Tiergast Und dann ein paar Prisoner Pros Ja, klingt nach einem Plan Ist ganz schön dunkel hier Habe ich den Ausgang überhaupt schon gefunden? Nein Aber jemand, der mir was verkaufen will Ein Tü-Tü Ähm Ich, äh Muss sagen Nö Aber jetzt möchte ich mal gucken, ob Ich das eben einfach nur falsch gemacht habe Ja, habe ich Das passiert, wenn man lange nicht spielt Und dann vergisst er einfach so Dinge Eigentlich wollte ich auf den Auf das neue Update warten Aber, äh Dann habe ich mich spontan doch die Lust gepackt Ein bisschen zu zocken Und dann dachte ich Wenn ich schon dabei bin Dann kann ich es auch aufnehmen Prison Soap Added to Inventory Prison Soap Warum habe ich die aufgehoben? Wo sind hier denn noch Biester? Ach da Okay Prison Soap With the look and texture of volcanic stone This doubles for personal hygiene and self-defense Nein 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 Der hat auch schon was Der hat noch kein Keine Device Ich hätte gerne endlich jemanden Der was reparieren kann Ich hätte ehrlich gesagt auch Ganz gerne ein bisschen Das Um noch so einen Raum anschalten zu können Was ist eigentlich hier? Ne Moment 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 Ah 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 Vielleicht ist das dumm Was ich jetzt mache Aber hier ist eine Tür Die will ich aufmachen Ich hoffe einfach Dass da eine Plattform hinter ist Wo ich was draufstellen kann Also so ein Slot für ein Major Module Ja Und eine Sackgasse Hervorragend Das ist genau Was ich mir gewünscht habe Ups Hupala Okay Ähm Food habe ich eine Menge Noch Oh Repair Und ebenfalls Repair Was hat der bekommen? Nischt Und der? Kneecapped Haha Ich kann Leute treten Easy for you to hit Hard for them to protect Ja Das stimmt Oh ich habe ja immer noch Dust übrig Weiß nicht wo ich das investieren soll Hier unten war ich ja durch Ja Found 8x Industry Hier unten Ich glaube das wurde auch überarbeitet Äh Ich habe es letztens im Deathblog gelesen Amplitude Studios führt ja einen großartigen Deathblog Das muss man einfach sagen Der ist self-powered Ah Sterbt Da kommen mittlerweile ganz schön viele Biester raus Hm Okay Okay Ich hätte gerne die Möglichkeit So einen Raum zu verbarrikadieren irgendwie Aber das gibt es leider nicht Hm 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 Food Replicator Weil man benötigt immer was zu essen Außer man ist ein Broken Lord oder ein Necrophage Obwohl Necrophage ist auch Broken Lords Nee Uh ein Rab hier Rab hier Rab hier Rab hier Ich glaube Rab hier Wie viel mehr mache ich damit? Uiuiuiuiuiui Das ist ganz schön heftig Deutlich besser als gar keine Waffe tragen So Gehe ich jetzt noch erkunden Dann aber nur Wenn ich die hier stehen lasse Wollen wir doch mal gucken was hier passiert Ah schlimme Dinge Schlimme schlimme Dinge Es sind ganz schön viele Bieste Aber zum Glück habe ich mein neues Schwert Mit dem ich mich da einfach durchprügeln kann Und so viel Dust hier liegt So viel Dust Kann ich direkt den nächsten Raum mit anschalten Sobald ich ihn gefunden habe Na was ist da drin Jede Menge Food Ich bin ganz froh Dass da niemand spawnt Der meine Module angreift Aber Ich glaube Langsam nimmt das da doch Ein bisschen überhand Und ich sollte keine Türen mehr aufmachen Na vielleicht noch ein oder zwei Weil die Wahrscheinlichkeit Dass hier mal jemand durchkommt Zum Core Ist doch relativ hoch Muss ich sagen Und dann würde ich Eine Menge Dust verlieren Was ich wiederum Negativ auf Meine Gesamtperformance Auswirken würde Hm Naja so eine Tür Kann ich ja noch aufmachen Das ist ja jetzt Nicht so schlimm Aber wenn wir davon ausgehen Dass der Dungeon gleichmäßig Auf die beiden Türen Vom Startpunkt aus verteilt ist Dann Liegt hier noch eine Menge 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 Raum hinter Gucken wir noch mal Äh nein Die Annahme war falsch Sehr sehr falsch Gut Äh ich bin sowieso schon wieder Über die halbe Stunde Aufnahme Rüber die ich wollte Aber das ist hier nicht so schlimm Ich habe festgestellt Dass Videos von diesem Spiel Deutlich Deutlich Äh Kleiner sind Als von Endless Legend Da habe ich für eine halbe Stunde Aufnahme 900 MB Und hier habe ich 200 Das ist weil Sich hier nicht so viel ändert Und nicht so viel bewegt Und viel schwarz ist Und dunkel Das ist Hervorragend Ich sollte diese Fähigkeiten öfter benutzen Ähm Alle anwählen Und hier hin Ist mir egal wer den nimmt Abflug Ah Jetzt kann ich da keine Power mehr reintun Du 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 Kill them all Bahahaha Okay Uh der steht mir nicht mehr Nein Gut Dann bin ich mit dieser Stage durch 15 Minuten Hervorragend Dann äh Danke fürs Zusehen Ich würde mich über ein Like Oder ein Subscribe freuen Wenn es euch gefallen hat Subscribe Ich beiß mir heute ständig auf die Zunge Irgendwie Ich muss das mal üben mit dem Sprechen Bei Gelegenheit Wenn ich Zeit habe Von einem Spiegel oder so Äh Jedenfalls Danke fürs Zusehen Nochmal Und äh Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal Tschüss